Ich lerne Deutsch. Nummer 14726 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin fähig, mich von alten Glaubenssätzen zu lösen und eine chancenreiche Zukunft aufzubauen. Die Mutter versucht, ihrem Sohn bei schwierigen Aufgaben zu helfen. Sie kann es aber selbst nicht. Die Mutter versucht, ihrem Sohn bei schwierigen Aufgaben zu helfen. Sie kann es aber selbst nicht. Die Ausdauer eines Künstlers zeigt sich in der Hingabe an sein Handwerk und in der ständigen Verbesserung. Stürme verursachen oft große Schäden an Gebäuden. In den meisten Fällen sind die Schäden durch eine Versicherung gedeckt. Ich nehme an, dass du morgen pünktlich bist. Ich nehme an, dass du morgen pünktlich bist. Ich nehme an, dass du morgen pünktlich bist. Wenn nicht, lass es mich bitte wissen. Beim Spielen im Freien erleben die Kinder Begeisterung für Bewegung und frische Luft. Beim Spielen im Freien erleben die Kinder Begeisterung für Bewegung und frische Luft. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lange wirst du bleiben? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.